Das ist der Mann des Abends, Dario Widosic. Sorry, das war richtig, oder? Ja, das war korrekt, ja, Dario Widosic. Ich wusste nicht deinen Namen vorher. Ja, ich hatte einen letzten Monat und ein halb, ich habe mich verletzt. Und dann, während der Weihnachtszeit, habe ich auch ein paar Injury gemacht. Und ich bin einfach glücklich, dass ich zurückgekommen bin. Und das Ziel war einfach eine perfekte Recoversierung. Und das erste Spiel zurückgekommen. Also war sehr lange verletzt und konnte deswegen nicht eingesetzt werden. Aber letzte Woche, in einem friendly Spiel gegen Weiden, hast du auch ein Ziel gegen Weiden gespielt? Ja, das war ein tolles Goal, ein Schuss von 25 Metern. Es war auch gut, dass die Hoffnung zurückgekommen ist. Das war mein erstes Spiel. Ich habe nur eine Woche trainiert und ich war krank für zwei Tage. Und ich ging zum Krankenhaus auf eine Drip. Also es war eine perfekte Woche, mit ein paar Lachen und ein paar Häusern. Und ich habe alles perfekt gemacht. Also ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch gesprochen? Ja, ein bisschen Deutsch auch. Es ist nicht schlecht, eineinhalb Jahre hier. Ich verstehe es ein bisschen, aber normales Englisch ist besser. Ja, aber du läufst auch schon ganz gut durch in Deutsch. Danke, das ist okay. Aber Sie haben jetzt, jetzt frage ich mal einfach in Deutsch einfach weiter, Sie haben drei Spiele beschrieben. 20 Minuten gegen Duisburg, vier gegen Aalen und 17 Minuten gegen Fürth. Hoffen Sie jetzt in Zukunft noch länger spielen zu können? Ja, ich fühle mich, das ist für die Trainers-Decision. Und hoffentlich werde ich jetzt einfach hart trainieren. Ich fühle mich besser. Ich hatte ein Knie-Problem für fünf Monate. Und jetzt muss ich Kraft machen für die Beine. Ich habe die Kraft wieder. Und dann kann ich nächste Woche wieder 20 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten probieren. 110 Prozent. Wissen Sie was? Ich übersetze das einfach gar nicht. Ich finde das so schön, wie Sie reden. So ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Behalten Sie es bei. Machen Sie gar nicht Deutsch oder ganz Englisch. Immer so ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Ja, okay. Es ist gut. Ich praktische Deutsch. Und ja, Live-Television ist schwer, aber kann es probieren. Aber riesig. Dankeschön. Danke.